So... Ja ja, er ist ein Pirat. Er ist böse und mächtig. Er hat einen Bart. Ich weiß. Hey, das reimt sich. Er ist ein Pirat mit einem Bart. Ah! Er hat jetzt wieder von einem nicht mehr so kleinen Mädchen verprügelt. Das macht es nicht besser. Die Achse ist immer noch größer als... ja. Oh, komm. Ich bin mir viel geleckt gerade. Schon ein bisschen, ne? Ich kann jetzt aber nicht neu starten. Doch, ich kann neu starten. Moment. So, jetzt läuft es hoffentlich wieder besser. Ja, klingt für mich flüssiger. Vielleicht bille ich mir auch alles nur ein. Vielleicht bille ich mir in der Realität nur ein. Das war jetzt gar nicht real. Ihr schaut meine Videos gar nicht. Jetzt zu. Attack. Ja, 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 ja. Du pügel, ihr Pirat! Du pügel, ihr Pirat! Du pügel, ihr Pirat! Voi, ich brot! Pügel, ihr Tod! Ich stütze ihn dem Bartmann zurecht. Tech. Jawohl. Okay, Time is up. Wir gewinnen. Schon wieder. Und wir haben das Turnier gewonnen. Hey. Wir haben ein Royalsword gewonnen. Mal wieder. Wie alt bin ich jetzt überhaupt? Äh, ist sie... Na, erst 16? Geile Scheiße. Ah, und sie will ja nicht mit uns reden. So, erst mal die Gegenstände, die wir da behalten. Wir hatten doch da... Two Pounds? Müssen wir doch gleich noch mal, oder? Ich hab doch noch... Kari ist noch plus 10. Ach nein, das ist... Das wirkt scheinbar einfach so. Okay. Wo will ich das denn her? Das passt dir nicht. Das ist zu fett. Das wird ja auch nicht passen, wenn ich das noch mal benutze. Oder? Nein. Nein. Das sind also... Okay, äh, mehr mal Tür. Konstellation plus 10, Stress minus 10. Finde ich sehr früh, muss ich sagen, ja. Ach so, das gibt uns so schon. Das muss man nicht trinken. Okay. Was haben wir denn jetzt so für Werte? Charisma... Wie bringt man Charisma nach oben? The King. 47 Points. Das ist ja schon mal was. Äh... Z-Challenge. Muss ich wahrscheinlich irgendwas... Kabarett, oder? War das Kabarett? Ich könnte es jetzt natürlich nachschauen, aber... Ist tot. Wieder einmal. Erst mal in die Church gehen. Make donation. Nicht, dass das zu hoch wird. Das ist weniger gut, sag ich mal. Wider, 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 widerwider. Ja gut, momentan muss ich noch nicht arbeiten gehen. Ah, statt dessen schicken wir sie wieder ein procur, kol hier. Und time off, weil sich wieder angepisst ist, die faule Sau. Was ist zum kotzen? Mhm, 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 mhm. 24 Points. Na ja, besser als Nik. Das kriege ich vielleicht auch auf 999, wenn das Geld vorher nicht schon wieder ausgehen. No. Other topics. My hips are very slim. Aren´s there? Nein, du bist fett und hässlich und was weiß ich. Was noch anders. Vielleicht brauchen wir den Keen. It shouldn´t work to bring honor to his name. School-Protokoll. Das ist ab zu 16. Das ist aber nicht so viel. Das war schon mal mehr. Dafür bezahle ich dann einen Haufen Geld. Na, ganz toll. Das ist ab zu 22 Points. Egal. Hoch damit. Rüstung werden sich beschützen. Das weiß ich auch so. Ähm. Wir testen mal Kabarett. Und die Bahn. Nein, nicht die Bahn. Kabarett. Wohnwerk. Wohnwerk. Dann sind jetzt das Keen. Wohnwerk. Ja. Das ist schon mal nicht so gut. Also wir nehmen mal den Haus. Wohnwerk. Entschuldigung. Ähm. Testen wir noch Restaurant. Und School. Nein, nein, nein. Protokoll. Ja, ja. So keine Willkommen und Mr. Willhelping me around. Was bringt denn das überhaupt? Temperament. Cleaning. Sensivity. Das ist jetzt ganz schlecht. Boah. Singt sogar um 2. Fick dich. Cooking. Mh. Combat Skill. Was? Nein. Scheiße. Abbrechen. Das war jetzt eine ganz schlechte Idee. Ich sollte nicht so mit Dingen experimentieren, wenn ich nicht weiß was ich machen. Aber das Geld ist schon wieder weg. Toll. Dann ist es gerade mal Januar. Oh. So, Jung. Ich bin Officer. Und ich muss mal kurz eine Kleinigkeit machen. Moment. So, jetzt habe ich hoffentlich meine Ruhe. Wahrscheinlich nicht. Nein. Ähm. Was wollte ich noch gucken? 65? So viel? Das muss ich auf jeden Fall noch höher. Schule kann ich mir nicht mehr leisten. Aber jetzt werde ich schon wieder. Bevor sie gleich wieder rumholt. Was wahrscheinlich eh wieder macht. Sie steigt. Was? Mach ja richtig. Das steigt da ja 10 mal so schnell an. Ah. Broken. Wow. King. Rhythm. Alter. Moral ist eh eh. Moral geht eh. Nein. Die untere Sachen packe ich nicht an. Das ist was für Xemexi. Ah. Die Fresse. Wow. Ich habe bald Minusgeld. So viel zahle ich dann extra. Oh weia. Hoch mit der Moral. Charisma brauche ich mir nicht. Das bringt ordentlich Kohle. Das wird nicht lange jetzt gut gehen fürchte ich. Ne. 10 Points nur noch. Ich hätte bald jemand bedeutenderes als diesen dummen König suchen müssen. Tutor. Tutor. Time off. Es ist scheiße dass die mich so weit hoch haben. Gehe das normalerweise geht doch. Nein. Jetzt steigt mich schon wieder an. Heeeee. Wenn es weiter geht dann. Vor 123 wie wie fein. Und wegkommt da noch eine Steigerung. Jawoll. Hey Sand ey. Was ist das denn jetzt für eine Ausrede. Bei Gott ist der Stress hoch. Das hält die nie durch. Warum nicht? Ach. Yes. Hier hast du Geld. Sei glücklich. Du siehst irgendwas. Keine Ahnung. Ich rede mal wieder Queen. Ach. Du mich auch Queen. Ach zur Hölle. Free time. Ich brauche Kohle. 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 Oh Gott. Jetzt fang ich hier auch schon mit an. Oh jetzt der Stress hoch. Oh. Da will jemand aufs Maul. Okay. Ausmaul. Ausmauli. Ausmauli. Mauli. Mauli. Komm. Bash sie um. Halt gesagt. Bash sie umhalt gesagt. Jawoll. Umbäschung. Das ist jetzt nicht so schwer. Oh wir haben gleich wieder null K. Das ist mal toll. Wie kriegt man das überhaupt hoch her. Wie kriegt man das überhaupt hoch her. Da muss man glaube ich dieses. Diese weniger netten Jobs machen. Wow. Verpiss dich. Bussi right now. Okay der will nicht mehr mit uns reden. Schatzkönig. Oh das wird nicht lange gut gehen mehr. Gar nicht mehr lange. Wir haben wieder genug Geld für Schule. I'm trusting whatever. Ich werde ein Zwerchungsrichtiger ziehen. Scheiß Kind. Aber auf die Farm mit dir. Oh ist das hoch. Wow. Verpiss dich. Jetzt kommt so Ados das Wort. Ja ja. Ähm. Mit wem kommt man noch nicht. Mit dem General. Tutor. Protokoll. Oder Dance? Nein. Protokoll. Time off. Du bist schon doll. Sind es mir nicht zu. Und du bist schon doll. Ab hoch mit der Moral. Die bombt man auch noch nicht hoch. Keine Ahnung ob ich die brauch. Ah ja. Ich hoffe das funktioniert jetzt nicht. Dass ich wieder so ein Scheiß Ender mit unter 1000 Punkten bekomme. Ich spiele schon wieder über 2 Stunden. Ja hier hast du Geld. Oh she is doing. There isn't anything you like to type about. Oh 25 points. Oh 25 points. Sehr gut. Das kostet's gut. Dann geht noch einmal Work. Oh wir kriegen schon 25 gold. Und natürlich wieder Time off. Ach komm schon. Hoch mit der Moral. Vielleicht bringt's ja noch was. Jeder Punkt zählt. Jawoll. Ah. Volles dicke Mädchen. Volles dicke Mädchen. Ach. Kann da was im Auge so eine Scheiße sein. Ach so. Das ist aus. Einfach tief rein drücken. Dann merkt das irgendwann nicht mehr. Das haben die meisten meine Abonnenten ja hinbekommen. So. Royal Knight. Und da wird noch 5. Toss the Points. Sehr gut. So. Ich bekomme 24. Das macht mal 8. Nein 2 mal 8. Das macht mal 8. 960. Oder. Das ist zu wenig. So wenn ich 200 in ... Das würde 710 ... Oh. Das wird eng. Das wird eng. Ich hoffe das klappt noch. Ich hätte ja gar keine Time off geben müssen. Glaube ich. Egal. So, ich ziehe den Proof und ich hoffe, das Geld reicht noch. Bitte. Reich! Boah. No. Es gibt keine Taschengeld. Royal Knight? Oh. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Duelle prügeln. Nutzen wir die Mechanik des Spiels mal voll aus. 505? Wird schon passen. Ich hoffe, ihr habt nichts vor in nächster Zeit. Es könnte jetzt irgendwie noch ein bisschen dauern, was ich vorhabe. Ich könnte mal speichern, wenn ich es crasht. Tasche gibt's Koffer. Komm schon. Oh, das war heftig. Voll in die Eier getreten. Ja. Meine Tochter kann eben Baumstämme ständen. Ach komm schon. Was würde überhaupt hier passieren, wenn man lang genug durchfällt. So, wir saven nochmal. Äh, hier. Ja. Safe-Game. So was sagen überhaupt ihre Werte. Ah. Sieht ganz anselig. Nicht perfekt, aber geht so. Wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ihr könnt ja schon mal vorspuren oder so. Die letzte Folge übrigens werde ich erst hochladen, wenn Xenexi soweit ist. Er muss ja nicht wissen, wie viele Punkte ich habe, ne? Seid nicht zu hartnäckig. Komm schon. Ihr wollt doch alle sterben. Schon wieder dieser Alex verschnitt. Ah, Horst Heimelman. Das war ein schwuler Name. Klingt so türkisch. Türken sind alle schwul. Ey, ist das gegen Türken oder was? Komm doch raus und bomb dich um. Aber die Tür nicht auf. Problem gelöst. Und ja, ich kann mich ewig im Haus verstecken. Damit habe ich gar kein Problem. Ja, ja. Das wusste ich noch gar nicht, dass es geht. Gut, dass wir das rausgefunden haben. Ach, nein! Nein! Ich hab Ball. Scheiß Spiel. Ah, ich habe jetzt wirklich auf Nein gedrückt. Peitschen-Lady. Pfff. Pfff. Scheiß nicht, dass diese Queen kommen. Für Dead Queen. Pfff. Und tot. Moment, kurz mal nachgucken. Social Reputation. Auswirkereputation. Sonst hat das scheinbar keine Auswirkung, oder? Vielleicht auch die Social... Pfff. Egal. Gute Frage. Hat das eine Auswirkung? Komm schon. Komm. Ein. Kampf. Möchte. Ich. Bitte. A. Ben. Oh Gott. Der will uns challengen. Oh mein Gott. Egal. Töten wir ihn. 530? Das geht aber doch schneller. Oh. Er macht auch Damage. Ja. Was soll das überhaupt wert? Warum greifen wir das überhaupt an? Die haben wir schön. Tun hier keine Schaus gegen uns. Pfff. Idioten. Das ist ein bisschen Damage hier. Dann haben wir noch mal Geburtstag. Da steigen die Werte noch mal aufgrund von dem Dienst. Das Geschenk bringt noch mal was. Okay. Mhm. Mhm. Ja doch. Ich denke wir werden sieben halbwegs hinbekommen. Was? Not bad. Let's call you a drop of a day. Was? Cheater. So ein Mistkerl. Komm schon. Ich will hier das Spiel ein wenig backen. Äh backen. Ich nutze nur die Spielmechanik. Das ist erlaubt. Hey. Das mag vielleicht unfair gegenüber Conexys sein. Aber das ist mir schon egal. Pff. Wer das Spiel verliert. Puh. Im Vergleich zu meinen Editierungen des Charakters. Was ist das noch farblich? Nein. Es ist im Spiel eliminiert. Also darf es nutzen. Es ist ja nicht mal cheaten. Das ist das Schöne daran. Es dauert nur ewig lang. Und ich hab noch mal 25 weniger, weil ich bei ihm eingepflüchtet bin. Es hätte 10 gegeben und ich hätte die 15 Abzug nicht bekommen. Oh. Oh. Und ich glaub ich setz gleich mal mein Headset ab. Das ist. Jetzt war die Musik nicht mehr, aber. Oh. Meine Ohren. Ach. Das war viel, viel besser. Ich hab noch einen Apfel. Ich hab noch einen gerade so auf. Die könnte ich mir jetzt mal nehmen. Und dann könnte ich die. Ich könnte mal mit Magic angreifen. Ja. Da hab ich so viele Punkte. Ich hab vor allem sehr viele Mana-Tons. 69 Tonnen. Ach komm. Wir benutzen wir mal die. Hm. Okay. Wir lassen das mit der Magie. Mh. 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 Lecker Apfel. Mh. 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 Ich hoffe nicht, dass wir uns noch aufhalten können. Aber ich pump das jetzt mal auf den Maximum. Die Dunkel ist das Maximum. Mh. 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 Und ab bei 10. In Necrire Äbt. Mh. ARDE